Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns gemeinsam an, wie du in Microsoft Excel Zeilen und Spalten fixieren kannst. In Microsoft Excel kannst du Spalten und Zeilen fixieren, um sie besser im Blick zu haben, wenn du durch dein Arbeitsblatt scrollst. Das ist besonders praktisch, wenn du große Tabellen bearbeitest. So, ich habe nun ein Beispiel vorbereitet, an dem wir uns das nun gemeinsam ansehen. Und zwar habe ich hier eine einfache Excel Auswertung und zwar eine Budgetübersicht. Diese besteht aus einer einfachen Tabelle mit Spalten und Zeilen. Nun möchte ich zu Beginn die erste Zeile, sprich die Zeile 2, mit diesen Überschriften fixieren. Wie kann ich das nun durchführen? Das kann ich so durchführen, indem ich die Zeile 3 als Ganzes markiere und dann im Bereich Ansicht unter Fenster, Fenster fixieren, auswähle. Und dort gibt es die Option Fenster fixieren. Diese steht beim Scrollen bleiben Zeilen und Spalten basierend auf der aktuellen Auswahl im Arbeitsblatt sichtbar. Das bedeutet, ich selektiere das und wenn ich nun nach unten scrolle, sehen wir bereits, dass die ersten beiden Spalten, Korrekturzeilen nun fixiert worden sind. Ich kann diese Fixierung auch wieder aufheben und das einfach dadurch, dass ich den Cursor in diesen fixierten Bereich setze und dort dann auf fixieren aufheben klicke. Nun werden diese Zeilen nicht mehr fixiert angezeigt. Ich kann auch beliebig in einem Bereich meinen Cursor setzen und auch dort Fenster fixieren auswählen. Dann, wie wir sehen, wird alles fixiert, was sich links und darüber befindet. Auch hier möchte ich nun die Fixierung wieder aufheben und zu guter Letzt die Fixierung in den Spalten vorstellen. Dort verhält es sich gleichermaßen und zwar, wenn ich nun die Spalte B fixiert haben möchte, muss ich die Spalte C fixieren und habe nun entsprechend die Spalte B fixiert in meinem Arbeitsblatt. Wie du siehst, kannst du damit sehr viel Zeit sparen, wenn du große Tabellen hast und die notwendigen Überschriften für die Auswertung notwendig sind. Das war's. Jetzt bleiben die ausgewählten Zeilen, wie gesagt, oder Spalten immer sichtbar, während du in deinem Arbeitsblatt herum scrollst. Bitte nicht vergessen, an dieser Stelle diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar und ich werde versuchen, dir zu helfen und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.